WASHTEK Wäschertechnik durchdacht bis ins Detail. Vier Wäscher und sechs Trockner sorgen für ein Top-Ergebnis. Wirtschaftliche Anlage ab 1200 Wäschern pro Monat. Schaumvorwäsche Sanftes Anlösen von Schmutz durch geschäunten, flüssigen oder heißen Schaum erleichtert das Abspülen. Nach dem Anlösen der groben Schmutzpartikel durch Schaum, ist das Abspülen des Fahrzeugs durch Hochdruck sinnvoll. So erzielen Sie beste Reinigungsergebnisse. Ein Vorteil, den Ihre Kunden zu schätzen wissen. Mit Softex, dem ADAC-Testsieger unter den Waschmaterialien, reinigen Sie nach der Vorwäsche alle Fahrzeuge sanft und gründlich. Softex hinterlässt bei der Wäsche keine Spuren auf den Fahrzeugen. So behält der Lack auch nach unzähligen Wäschen seinen Glanz. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Neue Lacke? Kein Problem. Gerade bei Neufahrzeugen ist der Erhalt des Lackglanzes von besonderer Bedeutung. Viele Automobilhersteller sind davon überzeugt und setzen Softex seit langem erfolgreich ein. Autofahrer, die bis jetzt ihren Wagen mit Hingabe selbst gepflegt haben, werden von Softex begeistert sein. Erschließen Sie mit dem Testsieger neues Kundenpotenzial. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Erhalten alle Fahrzeuge eine optimale Trocknung. Nach der Wäsche schleudern die Dachbürsten darin verbliebenes Wasser im Doppelterdrehgeschwindigkeit aus. Anschließend verhindert permanentes, langsames Drehen der Wäscher das Austropfen von Restwasser. Während der Wäsche speichert die Softcare Uno die Kontur des Fahrzeugs. Das ermöglicht der Steuerung permanent, den idealen Abstand der Trockner zum Fahrzeug zu halten. Und das bei höchster Geschwindigkeit. Softcare Uno. Zweimal waschen und zweimal trocknen in nur zweieinhalb Minuten. Technische Vorteile der Softcare Uno. Fünf Frequenzumrichter ermöglichen einzigartige Schnelligkeit. Dank permanenter Selbstüberwachung der Maschine durch die Steuerung werden Stillstandszeiten vermieden. Das kompakte Wasser-Luftsystem ist leicht zugänglich im vorderen Portal untergebracht. Das Dosiersystem ermöglicht den präzisen Einsatz aller Betriebsmittel. Damit das perfekt sanfte Waschergebnis von Softax nicht durch hartnäckige Schmutzpartikel beeinträchtigt wird, gehört zum idealen Reinigungsprozess eine zweistufige Vorwäsche. Der Schaumauftrag zum Anlösen der Verschmutzungen und das Abspülen mit Hochdruck zum Entfernen des Proben Schmutzes. In den Bürstentellern integrierte Hochdruckdüsen erhöhen den Effekt der Radwäsche und spülen berührungslos den gelösten Schmutz von den unteren Karosserie-Teilen ab. Das konturfolgende Sprühartsystem garantiert den effizienten Einsatz von Wasser und Chemie. Softax, der Testsieger unter den Waschmaterialien, sorgt für fabrikneuen Glanz auch nach vielen Wäschen. Das leistungsfähige Trocknersystem besteht aus zwei Dach- und vier Seitentrocknern. Reduziertes Nachttropfen durch dynamisches Ausschleudern und permanentes Drehen der Dachbürsten. Softcare Juno. Die Schnellste für das sehr erfolgreiche Waschgeschäft. Softcare Juno. Zweimal waschen und zweimal trocknen in nur zweieinhalb Minuten. Softcare Juno. broadcasting Horn Untertitelung des ZDF, 2020